Der Morsi hat Bock. Schießt die ganze Zeit ihre Füße an. Der Morsi bei Bode. Der Morsi ist tot. Geht eigentlich mit, die holt mich noch. Oh! Du hast deine Füße massiert. Nimm dir die Füße an Plätze einfach. Wappen. Das will nicht. Damit verkackt das nicht. Wird schon drüber gegen Marvin. Marvin stresst dich jetzt aber nicht. Marvin, du bist nur bereit. Guck da durch. 72 Leute zu. Plus die Ingame Leute. Du hast keinen Sound gerade, weil ich rede. Hör mal den Gusch. Marvin, ich will dich jetzt nicht hetzen. 17 Minuten, ne? 1-4-7 gegen 1-4-7. Lauf. Marvin, du musst laufen. Schnell. Ich hole dir. Ich hole dir. 3, 2, 1. Oh! Mit dem Karabit. Karabit, Junge. Du holst einen, ich hole einen. Ist das ein Deal? Weiß nicht, ob das klappt. Top 4 has located a Bomb. Ich hole einen. Was? Ich hab dich doch gut zusammengefasst. Ich habe den Steiger. Kann ich den holen? Äh, feind fünf. Einer noch. Der ist down. Wie schießt ihr das bei mir? Ich kann nicht schießen, weil du dir die Line of Sides zugemacht hast. Ich hab auf ihn geaimt, aber du standst halt, guck mal, wie soll ich da schießen? Ich würde mich einfach nur umballern müssen. So dumm, dass ich genau hinter dir in der Reihe stand. Er mich geholt hat, Junge. Kann ich einen Schuss aus Versehen über seinen Schritt gehen? Oh mein Gott, hab ich veräumt. Wir haben aber einen Doktor. Doktor, Doktor, Doktor. Dokar ist beim Stiel. Dankeschön, der Blitz ist weg. Oh mein Gott. Ich war drauf, ich war so drauf, ich war so drauf. Wann? Marvin, so wie du dann zieht er dich zuerst. Niemals. Robbing denn? Keine Ahnung wie das ein Kill war, zu mir anders. Nein, ich weiß nicht, wo ich den da gehittet hab. Ich bin direkt vorm Wunder. Boah, warum bin ich nicht verreckt? Anders bei mir schon oben ist der erst. Ich weiß nicht, wie ich den 2. Guld hab, to be honest. Oh mein Gott, wo hast du den 2. Guld hab, to be honest. Oh mein Gott, wo hast du den 2. Guld hab. Was war das denn? Ey, komm, du hast mich voll... Ey, du hast mich voll auch geteamtet, komm. Aufs Teampark, ich hab's genau gesehen. Ich smoke einfach, bei Trench, Richtung Badezimmer. Und dann richtig einfach push ich Badezimmer einfach direkt rein. Und ja. So, ich zeig euch jetzt, wie der Plan ist. Erstmal, ui, runter hier. Und... Oh mein Gott, ist das scheiße. Badezimmer sitzt einer, das ist schon mal nicht so geil. Das ist nicht das, was ich wollte, aber... Dann kann man nix machen. Egal. Bisschen anders. Auch Hilfe. Ich smoke den Weg. Und dann flame ich den Raum. Und dann push ich trotzdem. Okay. Und dann renne ich einfach onside. Geht! Jawoll! Schau, wir werden dich so pushen, eh?! Ja. Ich hoffe, ich werde geprefeiert, Junge. Hier ist sauer. oder noch was hoch obwohl nein hier ist ein Blatt du bist einfach massiert ich seh nix was soll das kann mir das aussiehen oh Junge ich war schon Sophia ist vom Objective war schon in der Tür drin war Sophia ja oben ist der Tür Jesus Christ ist auf diesem Küchen auf diesem auf die Küchenticke drauf guter Plan Junge der Recall Hä? Wann kann man nicht spielen? Bin ist hier wieder spielbar? es geht die ist besser als vorher auf jeden Fall rechts irgendwo dachte ich mal was höre ich? ich hoffe im Hallway rechts ja rechts im Hallway machen mach was lustiges war das lustig? ja Hipfire 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 okay er kommt sich erst weg oh mein Gott war der schnell oben ich werde jetzt ne Headshot reingedrückt oh mein Gott das hat mir richtig angst gemacht Der macht Hacker-Killcam, wie ich das gemacht habe mit dem Gang. Safe. Du gehst einfach lang und dann hipfer ja rechts. Schade. Was? Du hast da keinen Schuss an deinen Taufer. Nein, kein einziger. Was hat du einen Halt für dich? Ach man. Du wärst in die Geschichte eingegangen. Du hattest das Potenzial. Ich wollte erst mal gucken. Warte ich hole jetzt einen. Digga mein eigenes. Marvin. Was machst du da? Es will mich. Weiss ich noch nicht. Ist doch einer. Beide. Nein, sie ist hier die Kali. Oh mein Gott, was war das denn? 3, 2, 1. Jetzt ist... Oh mein Gott, Fingerling. Mann. Er trollt, er trollt. Die aced jetzt. Wo ist die? Wo ist die? Halt's halt. Oben drauf irgendwo. Oben auf so einem Kanister. Ja genau da irgendwo. Ja da oben. Oben rechts. Get dropped. Links. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hey Digga wie lange? Ist die rechts? Guck mal oben. Nochmal. Ne die ist rechts hinten. Jetzt. Niemals. Warte. Wie heißt Container auf Englisch? Container. Container. Es ist Englisches Wort, Junge. In front of you man. Right side. Close, rechts. Close, rechts. Right side. Yes. On the stairs. On the stairs. Yes. Ich will gleich die Nose. Just right. Potter, you can't have this. Was machst du? Oh mein Gott. Ei, das lief aber sehr holprig. Was minimal. Irgendwann ist er. Ja, try her. Kann ich nicht sagen. Ist nicht der random der hier drin ist. Dennis, Junge. Mach deinen. Oh mein. Oh mein. Große Graffelmusik gerade kurz. Ich weiß nicht was du meinst. Ho ho ho. Amaru irgendwo oben reingehört. Nevermind. Mucke ist wild. Ich muss sie weiterhören. Noch einer. Ne Kali. Ich treff sie nicht. Die Kali ist es wieder. Team King. Nein, mach nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Das Game hat mich geprankt. Pass auf uns doch mal was Lustiges machen. Lustiges. Das Game hat mich richtig geprankt. Ich dachte ich fall. Ins Nirvana rein. Er fällt. Ich salte ein bisschen allies. Ich schaue auch noch. ь' Was so. Ich l studied. Él ist dabei. Das Gefühl.